Klingt vielleicht viel für euch. Aber ist das nicht. Guck mal, ich sag euch jetzt. Ja, ja, ist Haram, aber ich fick eure Mütter auf Beats, ist Halal. So, ich zeig euch jetzt. Wenn ihr mir 200.000, ich kann mir nur 20 leisten. Was hätte ich mit 200.000 getippt? Guckt.